Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte noch kurz ein Tutorial machen, wie ihr den Code eingeben könnt. Ich werde heute noch 5 Beta Keys raushauen, zum klären sich der Division Beta. Ihr seht schon im Hintergrund, das ist eine ganz einfache Sache. Also zuerst geht ihr einfach auf www.divisiongame.com-beta. Da könnt ihr euch dann rechts oben mit eurem Uplay Konto anmelden. Entweder um euch zu registrieren, wenn ihr noch kein Konto habt. Oder wenn ihr schon ein bestehendes Konto habt, könnt ihr euch einfach anmelden. Danach kommt so eine Auswahlmöglichkeit zum Dropdown Menü. Da könnt ihr eure auswählen, ob ihr auf PS4, Xbox oder PC spielen möchtet. Wenn ihr dann weiter geht, müsst ihr euren Beta Code eingeben, den ihr dann quasi kriegt von mir. Und dann seid ihr auf der Seite fertig. Dann kommt eine E-Mail, die hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Das ist je nachdem wahrscheinlich wie viel bei denen los ist. Bekommt ihr auf jeden Fall eine E-Mail mit der Bestätigung. Das seht ihr jetzt auch im Hintergrund, wie das dann aussieht. Da könnt ihr dann jetzt auf Download beginnen oder geht bei Uplay rein und könnt dann dort quasi das Spiel downloaden. Und bis Sonntagabend auf jeden Fall zocken. Haut da rein. Viel Spaß dabei. Gebt einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.